oh das sind giftige ok genau das wollte ich nicht immer schön ausweichen warten 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 die haltbarkeit ist auf jeden fall zu weit unten ich hab da haltbarkeit 3 trotel eigentlich richtig viel oh das ist eine monster so eine mega spinne 45 hat die okay das war gerade ein wenig komisch und nichts backpack so du weißt eh dass ich gewinne wow 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 alter 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 viel zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel ah Gott warum mach ich sowas eigentlich überhaupt noch bin dafür eigentlich viel zu alt für mein Herz die Klitsch da durch ja wo bleibst trausch dich nie lol Diamant Hose lol geil so ich brauch nen Helm wow 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 du hast nen Bogen du hast nen verzauberten Bogen gehabt oh man oh man ich krieg mir die mehr naja ok man die Schuhe sind vielleicht da und Federfall 3 ok das ist ein Spinnreiter oh Gott warum 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 wo kommt denn von da es wird sich eins her sie ist doch nix zugebracht da ist echt ein Spinnreiter da legt mir die Eier so geh mir doch nie auf den Pils alter das gibt's nicht alter da das ist nummer eins meine Frisse wo denn jetzt schon wieder da auch schon was ist mir jetzt was ist mir jetzt zu du alter na na wieder alles durchfällt gibt's denn nicht so das kann gleich nix mehr durchfallen hier nicht mal ein Brück alter oh nein und ich habe gedacht es wäre vorbei da klein werde ich richtig sauer das gibt es nicht Lass mich jetzt in Ruhe so meine Fresse jetzt muss ich erst mal den Bogen rauswerfen da gehen wir nicht auf die Eier das Spiel zeige ich noch besser das habe ich schon geleert komm, fange ich halt einfach mit rein ja ok, hält noch ein wenig so, jetzt einfach nicht anstecken lassen so, dann halten meine Schuhe auch noch ja, sowieso dazu ja, nur dazu wirklich so weg, 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 weg so alles ist sicher so lange alter gerade wollte ich sagen, alles ist sicher solange ich hier alles zubaue was war das? alter mega schreck hab ich mich erschreckt was ist das? was ist das? was ist das? was ist das? ich habe keine Steine ich habe Erde eh, okay eh, okay die Sprungtechnik habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden was ist das? was ist das? was ist das? die letzte Ebene oh, ich muss hier raus ich muss hier raus ich muss hier raus meine Schuhe dürfen nicht kaputt gehen dürfen überhaupt nicht kaputt gehen ganz und gar nicht weh, du bist alter, weh, ihr geht kaputt ich sag's euch so letzte Ebene jetzt bin ich mal gespannt, ob hier noch irgendwas ist okay ähm, ich habe schon wieder eine Schaufel Haltbarkeit, sehr gut oh, eine Living Metal X ähm, dann würde ich einfach mal sagen, dass ich mir hier kurz die hier anziehe und dann so jawohl, sehr gut ich würde schön rumlaufen lol so, und die Leute, die sich jetzt fragen, wieso das, äh, wie Video vorbei ist ja, da kann ich einfach bloß sagen ähm, der Golem, der Tower Golem hat mich getötet und da sind bei mir einfach ich bin ich einfach ausgezickt ausgerastet weil ich tot war ich hatte eigentlich so gut wie volles Leben und, ähm hab dann einfach die Aufnahme unterbrochen und ich bin dann einfach hingeflogen hab mir die Sachen geholt es sind ein paar Sachen verloren gegangen soviel dazu aber ich hab mir nichts gecheatet also die nächste Folge wird ganz normal weitergehen äh, mit den Sachen wo ihr dann seht im Inventar, wo ich dann geholt hab aber, ähm, wie gesagt ich hab nichts dazu gecheatet ich bin dann nur ein bisschen ausgetickt und hab dann auch, glaub ich, erst zwei Tage später dann die Sachen geholt deshalb entschuldigt diesen ja, Fehler und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bis dahin tschüss 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 Vielen Dank.